Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es wieder mal natürlich um Docker und zwar wollen wir heute unsere erste Web-App sozusagen ausführen. Ihr wisst, eine Web-App ist zum Beispiel sowas wie eine Webseite hosten oder eine API hosten oder oder oder. Da gibt es ganz ganz viel, was man machen kann, aber sie haben alle eines gemeinsam und zwar müssen sie irgendwie einen Port freigeben. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal, ich fange einfach mal vorne an. Wir fangen an mit einem Nginx-Build, das heißt wir sagen sudo docker pull Nginx. Nginx ist quasi ein Web-Server, also bei mir ist es natürlich schon da. Das heißt, wir können mit diesem Web-Server Dateien automatisch sozusagen hosten, als wäre es eine Webseite. Das geht natürlich auf einem normalen System, auf einem Server. Da kann man einfach Nginx installieren und dann kann man da die Dateien hinkopieren. Wir wollen das natürlich über Docker machen. Docker liefert uns auch hier wieder die Möglichkeit, einfach das Image zu ziehen, das kennen wir von der Busybox und daraus einen Container zu bauen. Das kennen wir auch schon. Nur, dass dieser Container in diesem Fall einfach wirklich etwas tut und nicht einfach nur das tut, was wir quasi ihm eingeben, sondern wirklich etwas Sinnvolles tut. Und zwar, er hostet eine Web-App. Wenn ihr das nicht ändert, beziehungsweise wenn ihr nichts Spezielles angebt, dann ist das einfach das Standard Nginx-Web-App-Template, was wir uns jetzt hier tatsächlich zunutze machen wollen. Denn auch das ist tatsächlich eine Webseite. So, das heißt, wir führen erstmal aus sudo docker run, so wie wir es kennen, Nginx. Okay? So, wir brauchen keinen interaktiven Modus, wir brauchen eigentlich gar nichts. Jetzt haben wir einen Nginx-Server laufen. Nun ist das große, große Problem, wie greifen wir denn darauf eigentlich zu? Und das ist ein großes Problem tatsächlich, denn Docker schirmt alles ab. Das heißt, Docker hat sein eigenes Netzwerk. Docker sagt von außen Zugriff nicht so geil, ich erlaube rein gar nichts. Und deswegen könnte ich hier nicht einfach so wirklich sagen, ich möchte gerne da drauf meinen oder da drauf zugreifen auf diese Web-App. Ihr könnt da quasi rein gar nichts damit machen. Das heißt, es ist relativ unsinnig. Was ihr allerdings machen könnt, ist, ihr könnt quasi ein Port-Forwarding bei eurem System eingeben. Das heißt, ihr könnt sagen, hey System, ich hätte ganz gerne, dass der Port, der Localhost-Port von dir, also von meinem Arch-Linux in meinem Fall, auf den Docker-Container weitergeleitet wird, auf den Port, was auch immer. Und das sieht folgendermaßen aus. Mit Störung C könnt ihr das Ganze abbrechen. Das heißt, ich leite hier quasi Ports weiter und sage sudo docker run Nginx, alles bleibt gleich, minus p. Und jetzt kann ich hier angeben, welche Ports wohin umgeleitet werden sollen. Wir machen jetzt mal Port 5000 auf Port 80 und starten das Ganze mal. So, jetzt können wir tatsächlich, also Port 80 ist der Standardport, jetzt gehen wir mal ganz kurz in unseren Browser rein und wählen hier Localhost Doppelpunkt 5000 an. Dieses Doppelpunkt 5000 sagt uns sozusagen, ich würde ganz gerne auf Port 5000 hier irgendwas tun. Wenn ihr nichts angebt hinten dran, dann ist es quasi Port 80. Also im Endeffekt genau das, was wir haben. Aber ja, das funktioniert natürlich hier nicht. Wenn ich Port 80 anwähle, dann ist die Webseite nicht erreichbar. Weil wir hier gesagt haben, wir hätten das ganz gerne auf unserem normalen System, also auf meinem Arch-Linux, hätte ich ganz gerne Port 5000 verwendet für diesen Docker-Container. Und der Docker-Container intern sagt, ja, ich verwende aber Port 80. Also sage ich quasi, okay, mein Port 5000 von meinem Host-System, von meinem Arch-Linux, verbindet sich mit dem von dem Docker-Container und zwar dem Port 80 hier. Das gebe ich hier quasi an. Das heißt, mir wird in meinem Host-System das, was auf Port 80 angezeigt wird, theoretisch innerhalb des Docker-Containers, wird mir in meinem Host-System auf Port 5000 angezeigt. Ich kann natürlich auch 8080 machen, das geht genauso. Na komm, brich's ab. Ich kann natürlich hier auch sagen, ich hätte das Ganze gerne auf Port 80 rumfahren, das geht natürlich genauso. Nur ist Port 80 relativ häufig in Verwendung. Jetzt kann ich hier einfach neu laden und wir sehen, aha, okay, hier hat offensichtlich jemand drauf zugegriffen. Und jetzt bekommen wir hier sogar tatsächlich eine Anfrage rein, die hat es mir gerade hier oben irgendwie nicht angezeigt. Es ist heute der 13. Juni 2019 um 15.57 Uhr und 18 Sekunden, zumindest nach einer gewissen Uhrzeit. Bei mir ist es schon etwas später, bei mir ist es fast 18 Uhr, also 17.57 Uhr. Und ja, wir sehen hier, dass wir eine IP haben. Das ist meine IP im Docker-Netzwerk sozusagen. Und wir sehen ja auch hier, was wir eigentlich gerade für den Browser verwendet haben. Das heißt, wir haben hier den Fingerprint von unserem Browser, der an den Server-Engine-X weitergegeben wurde. Und der hat das hier ausgespuckt. Wunderbar. Das heißt, wir bekommen so sogar eigentlich die Logs. Allerdings müssen wir so natürlich unsere Konsole die ganze Zeit offen lassen. Und das ist vielleicht nicht ganz immer angenehm. Vor allem, wenn ihr auf dem Server seid, müsst ihr so quasi permanent mit SSH verbunden sein, damit euer System weiterläuft. Und das ist natürlich nicht immer sinnvoll. Deswegen wollen wir natürlich hier jetzt auch sagen, okay, wir wollen eine gewisse Abhilfe schaffen, dass wir uns das angucken können, wenn wir Bock drauf haben, aber eben nicht müssen. Und das machen wir dann nächstes Mal. Bis dann. Ciao.